Ja, wir treffen uns hier mal Ende Oktober, das letzte Wochenende und fischen den Bokemühle ab. Vier Wochen vorher wird angefangen, den Wasserstand langsam zu reduzieren. Jetzt stehen wir hier am Mönch und lassen das Wasser weiter ab. Hier lassen wir die letzten Fische durch, die dann unten sortiert werden und dann zum Verkauf und für die Bokemühle vorbereitet werden. Und wie viele und was für Fische sind da im Teil? Ja, wir haben überwiegend Karpfen, 60 bis 80 Zentner circa. Ein bisschen Schlei, ein bisschen Hecht. Was passiert mit den Tieren, die abgefischt werden? Ja, die gehen unten zum Sortieren und gehen dann weiter auf unsere Hedder-Teiche, wo sie dann in den Verkauf oder in die Bokemühle gehen. 20,50 bitte. Was möchten Sie da haben? Liebevoll durchgeschnitten. Was dann nicht verkauft wird über das Frühjahr, geht dann wieder rein.